Wusstest du, dass wir in Deutschland insgesamt drei Geheimdienste haben, nämlich den BND, den Verfassungsschutz und den Militärischen Abschirmdienst? Und wusstest du, dass es sich bei denen eigentlich gar nicht um richtige Geheimdienste, sondern nur um Nachrichtendienste handelt? Nein? Na, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Ich erkläre dir nämlich, welcher Nachrichtendienst was macht und welche Methoden er dabei einsetzt. Alle Informationen, die ich dir in diesem Video präsentiere, sind öffentlich bekannt und die Quellen habe ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Beginnen wir aber zunächst einmal mit der Frage, was ein Geheimdienst überhaupt ist. Die Sicherheitsarchitektur eines Staates besteht aus drei Säulen, nämlich dem Militär, der Polizei und den Geheimdiensten. Während einem beim Militär und der Polizei direkt Aufgaben in den Sinn kommen, denkt man bei Geheimdiensten in der Regel erstmal an popkulturelle Figuren wie den britischen Geheimagenten James Bond. Bei Geheimdiensten wirkt das Aufgabenspektrum etwas nebulös. Wikipedia versteht unter einem Geheimdienst eine Organisation, zumeist eine Behörde, die Informationen mit nachrichtendienstlichen Mitteln sammelt und auswertet. Was sind nachrichtendienstliche Mittel? Nun, dazu zählen zum Beispiel der Einsatz von V-Personen bzw. NDVen, Observationen, Bildaufzeichnungen, Verdeckte Ermittlungen und Befragungen sowie das Abhören und Aufzeichnen der Telekommunikation. Kurzum, vieles von dem, was man aus James Bond und anderen Agentenfilmen kennt, findet sich hier wieder. Aber eben nicht alles. Nun, eigentlich sind unsere Geheimdienste keine Geheimdienste, sondern Nachrichtendienste. Es heißt ja schließlich Bundesnachrichtendienst und nicht Bundesgeheimdienst. Im alltäglichen Sprachgebrauch werden die beiden Begriffe Nachrichtendienst und Geheimdienst oft synonym verwendet, doch in der Fachsprache meint man mit einem Geheimdienst häufig nur Dienste, die auch aktive Maßnahmen durchführen. Was sind aktive Maßnahmen? Dieser Begriff stammt aus der Zeit des Kalten Krieges und meint Aktionen, mit deren Hilfe das Weltgeschehen beeinflusst werden sollte. Das können paramilitärische Operationen sowie die finanzielle Unterstützung einer ausländischen Partei oder eines ausländischen Kandidaten sein. Einfach ausgedrückt handelt es sich bei einem Nachrichtendienst um einen Dienst, der Informationen nur beschafft. So gesehen handelt es sich bei unseren drei Geheimdiensten in Deutschland eigentlich nur um Nachrichtendienste. Die Presse fällt hier auch keine klare Linie. Mal ist von den deutschen Geheimdiensten und mal deutschen Nachrichtendiensten die Rede. Zudem besteht in Deutschland ein sogenanntes Trennungsgebot zwischen Nachrichtendiensten und der Polizei. Das heißt unsere Nachrichtendienste dürfen keine Festnahmen durchführen, nichts Beschlagnahmen und keine Verhöre durchführen. Soweit zur Begriffsklärung. Dann schauen wir uns doch mal an, was unser Inlandsnachrichtendienst, nämlich der Verfassungsschutz, so macht. Der Verfassungsschutz setzt sich zusammen aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz, kurz BEV, und den Landesbehörden für Verfassungsschutz. Das Bundesamt für Verfassungsschutz ist eine sogenannte Bundesoberbehörde und ist dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Inneren und für Heimat zugeordnet. Gegründet wurde es am 07.11.1950 und zählt heute ca. 4.200 Mitarbeiter. Der Hauptsitz befindet sich in Köln-Korweiler, doch es gibt auch eine Außenstelle in Berlin, wo sich der Hauptsitz des Bundesnachrichtendienstes befindet. Aktuell leitet Thomas Haldenwang den Inlandsnachrichtendienst, nachdem Hans-Georg Maaßen 2018 seine Präsidentschaft aufgrund umstrittener Aussagen niederlegen musste. Der Auftrag des Verfassungsschutzes ist das Sammeln und Auswerten von Informationen zu extremistischen und terroristischen Bestrebungen sowie Tätigkeiten fremder Nachrichtendienste. Er beobachtet also Organisationen und Personen, die verdächtigt werden, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu gefährden. Dazu kommen die bereits erwähnten nachrichtendienstlichen Mittel zum Einsatz. Dies dehnt dem Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Der Verfassungsschutz wird auf mehreren Ebenen kontrolliert. Da hätten wir zum einen die Dienst- und Fachaufsicht, die das Bundesministerium des Inneren und Verheimat durchführt. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit wacht über die Umsetzung der Datenschutzvorschriften. Der Bundesrechnungshof kontrolliert die Finanzen des Verfassungsschutzes. Ein weiteres wichtiges Kontrollorgan ist das Parlamentarische Kontrollgremium, das über alle Nachrichtendienste, also auch den BND und den MAD, wacht. Die Mitglieder dieses Kontrollgremiums haben das Recht auf Akteneinsicht, das Zutrittsrecht zu allen Dienststellen der Nachrichtendienste und das Recht, Angehörige der Nachrichtendienste zu befragen. Die sogenannte G10-Kommission, deren Hauptaufgabe die Entscheidung über die Zulässigkeit und Notwendigkeit von Maßnahmen zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses ist, wird nach Anhörung der Bundesregierung für die Dauer einer Wahlperiode des Deutschen Bundestags bestellt. Diese setzt sich aus einem Vorsitzenden mit der Befähigung zum Richteramt, drei Beisitzern und vier stellvertretenden Mitgliedern zusammen, die allesamt Abgeordnete des Bundestags sein müssen. Zudem wird der Verfassungsschutz auch gerichtlich und durch die Öffentlichkeit, also die Presse und uns kontrolliert. Jeder kann sich durch Presseberichte von der Arbeit des Verfassungsschutzes selbst überzeugen und sogar Anträge auf Aufkunftserteilung stellen, um herauszufinden, was der Inlandsnachrichtendienst so über einen selbst gespeichert hat. Die Ergebnisse der Arbeit des Verfassungsschutzes werden einmal jährlich im sogenannten Verfassungsschutzbericht veröffentlicht, den jeder öffentlich einsehen und sich sogar kostenlos bequem nach Hause bestellen kann. Ich habe mir den Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2021 einfach mal kostenlos nach Hause liefern lassen. Wie du siehst, es ist ein durchaus dickes Heftchen mit sogar Farbdrucken. Ja, also das Ganze ist in einer sehr hohen Qualität, wie ich finde. Es ist eben die ganzen 350 Seiten PDF nochmal schön ausgedruckt. Das kannst du dir dann irgendwo hinlegen, beispielsweise aufs Klo, wenn du da irgendwas zum Lesen brauchst. Der Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2021 ist bestimmt eine sehr lehrreiche Lektüre. Das Einzige, was du machen musst, du gehst auf die Seite des Bundesinnenministeriums, den Link habe ich dir auch unten in der Videobeschreibung nochmal hinterlegt. Dort gibst du deine Adresse ein, wo das hinversendet werden soll, und dann bekommst du den zugeschickt. Falls du das nicht möchtest mit der Adresseingabe, ja, dann lade dir einfach das PDF runter, druck es aus und lies es dann irgendwo, wo auch immer du es lesen möchtest. Der Verfassungsschutz ist übrigens eine sogenannte Einstellungsbehörde. Das heißt, neue Mitarbeiter werden nicht nur aus den Ministerien rekrutiert, sondern können auch von außen kommen. Jeder hat die Möglichkeit, sich auf die offiziell ausgeschriebenen Stellen des Verfassungsschutzes zu bewerben. Damit verbunden ist eine Sicherheitsüberprüfung, die nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz geregelt ist. Das ist ein ziemlich spannendes Thema, zu dem ich jedoch noch ein eigenes Video machen werde. Kommen wir nun zu dem Militärischen Abschirmdienst, kurz MAD, der auch Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst, kurz BAMAD, genannt wird. Der Militärische Abschirmdienst ist sozusagen der interne Verfassungsschutz des Militärs, dessen Hauptsitz sich in der Konrad-Adenauer-Kaserne befindet, die ca. 20 Autominuten vom Assessment Center für Führungskräfte der Bundeswehr, ehemals die Offiziersbewerberprüfzentrale OPZ, entfernt ist. Der MAD ist, wie der Verfassungsschutz, eine Bundesoberbehörde mit Hauptsitz in Köln, der jedoch zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung gehört. Klar, seine knapp 1400 Mitarbeiter stammen schließlich aus den Reihen der Bundeswehr. Aktuell wird der MAD von Frau Martina Rosenberg als Präsidentin geleitet. Wenn du nicht gerade eine Verwendung in einer ELO-K-Einheit anstrebst oder aus irgendeinem anderen Grund eine Sicherheitsüberprüfung für dich vorgesehen ist, ist dein Kontakt mit dem MAD nicht unbedingt positiv, denn er kümmert sich unter anderem um die Extremismus- und Terrorismusabwehr sowie Spionage- und Sabotageabwehr. Wenn es mal wieder zu Rechtsextremismusvorfällen in der Bundeswehr kommen sollte, ermittelt der MAD im Rahmen von Verdachtsfalloperationen und versucht, diese Fälle aufzuklären. Zudem kontrolliert er die Sicherheit von militärischen Anlagen und sichert im Ausland die Feldlager. Wie bereits angesprochen, fällt auch die Durchführung von erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen für Bundeswehrangehörige in seinen Aufgabenbereich. Wie beim Verfassungsschutz gibt auch der MAD regelmäßig einen Jahresbericht, den sogenannten MAD-Report heraus, den man sich kostenfrei im Internet herunterladen kann. Dieser ist jedoch bei weitem nicht so umfangreich wie der Bericht des Verfassungsschutzes. Der MAD ist keine Einstellungsbehörde, da man sich nicht von außen auf Stellen bewerben kann, sondern die Mitarbeiter direkt aus den Reihen der Bundeswehr rekrutiert werden. Kommen wir nun zu dem dritten im Bunde, nämlich den Bundesnachrichtendienst. Hierbei handelt es sich um den Auslandsnachrichtendienst der Bundesrepublik Deutschland, der direkt dem Bundeskanzleramt unterstellt ist. Auch er ist eine Bundesoberbehörde mit Hauptsitz in Berlin und mehreren Außenstellen, unter anderem in Pullach, das zum Landkreis München gehört. Gegründet wurde der BND am 1. April 1956 als Organisation Gehlen. Der BND zählt aktuell ca. 6.500 Beschäftigte und wird von dem Juristen Bruno Kahl als Präsident geleitet. Im Gegensatz zum Verfassungsschutz, der mit nur etwa 2.300 Mitarbeitern weniger ein jährliches Haushaltsvolumen von 422,5 Millionen Euro hat, bekommt der BND mit ca. 942 Millionen Euro mehr als das Doppelte. Mit diesem Geld soll er Informationen über das Ausland mit Hilfe nachrichtendienstlicher Methoden beschaffen, die von außen und sicherheitspolitischer Bedeutung für Deutschland sind. Die Erkenntnisse und Analysen werden dann der Bundesregierung vorgetragen. Die Themen sind dabei Cybersicherheit, internationaler Terrorismus, sowie die politischen, wirtschaftlichen und militärischen Verhältnisse einzelner Staaten und Konfliktlagen in bestimmten Regionen. Zudem beschäftigt sich der BND mit dem Thema Proliferation, also mit der Verbreitung von B- und C-Waffen, sowie das Wissen darüber, wie diese hergestellt werden. Auch wenn man die Bekämpfung organisierter Kriminalität mit der Arbeit unserer Polizeibehörden und dem Verfassungsschutz verbindet, befasst sich auch der BND mit organisierten Verbrechen, wie etwa Geldwäsche und Rauschgifthandel. Der BND ist, wie auch der Verfassungsschutz, eine Einstellungsbehörde, das heißt jeder kann sich auf ihrer Karriereseite bewerben. Dafür muss man Englisch in Wort und Schrift beherrschen, die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und bereit sein, sich einer Sicherheitsüberprüfung auf Grundlage des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes zu unterziehen. Das haben wir ja schon beim Verfassungsschutz und auch dem MAD gesehen. Die Informationsgewinnung erfolgt durch unterschiedliche Quellen. Open Source Intelligence, kurz OSINT, und Social Media Intelligence, kurz SOGMINT, meint dabei die Informationsgewinnung aus öffentlichen Quellen. Mit Human Intelligence, kurz HUMINT, ist die Arbeit mit menschlichen Quellen gemeint. Die Imagery Intelligence, kurz IMINT, basiert auf der Auswertung von Satelliten und Luftbildaufnahmen, mit der beispielsweise feindliche Truppenbewegungen erkannt werden können. Signals Intelligence, kurz SIGINT, ist die Auswertung von elektronischen Signalen, also die Fernmelde und elektronische Aufklärung. Es gibt noch weitere Aufkommensarten, die wir aber in einem separaten Video näher besprechen. Auch der BND wird vom Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages, dem Bundesrechnungshof und der G10-Kommission kontrolliert. Ich hoffe, dass ich dir einen kleinen Überblick darüber geben konnte, welche Nachrichtendienste, nicht Geheimdienste wir in Deutschland haben, und wofür sie zuständig sind. Falls du es bisher geschafft hast, schreib gerne das Wort Geheimdienst unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.